Hallo? Crazy shit. Definitely alright, man. Ist das von Chimby? No, no, no. Hier ist Karl. Das kann doch nicht sein. Vielleicht sollen wir nur glauben, dass er es ist. Ist das eine neue Serie? Spock. Alter, voll die Kartoffel. Nein. Was hast du denn gedacht, dass er Ali reist? Was hat denn das mit irgendwas zu tun? Ist das Lime? Halt doch mal zwei Finger hoch. Cool. Nice. Bonjour Karl. Hallo Norma. Hallo Karl. Nice. Du siehst müde aus. Ja. Es ist 8 Uhr morgens und ich hab noch nicht geschlafen. Hast du gefeiert, oder was? Ich folg dein Deutschland seit zwei Jahren. Wir müssen mit ihm gesprachen. Oh oh. Komm, lass uns bitte nach unten mit deinem Computer. Ja. Oh, I have a bad feeling about this. Guten Morgen Frau Schalkweg. Was soll das? Ich will, dass er es sofort löscht. Der Blog ist anonym. Nur Paul und Anna wissen, dass ich das mache. Das ist mir scheißegal. Das ist mein Privatleben. Darüber bestimme ich. Dein Privatleben interessiert aber niemanden. Weißt du eigentlich, wie naiv das ist? Naiv? Es gibt drei Millionen Blogs in Deutschland. Und wie viele von denen du kennst benutzen überhaupt Blogs? Red keinen Scheiß. Du weißt ganz genau, was ich meine. Nee, ich weiß nicht, was du meinst. Ich meine, was denkst du nur? Wer interessiert sich für ein Abendessen mit dir? Du löscht das jetzt. Am besten den ganzen Mist. даже nicht. Also frage ich mich, dass du kannst. Und dir bei mir ist, dass du was zu unterst�ico. Das war es so, wenn du garst, was kannst. Du weißt, dass du mit dir kommst, raus in Deutschland zu machen. Und du gehst dich aus. Du gehst dich mit dir. Du weißt, är das immer noch nicht so. Du weißt. Du bist, du bist. Du weißt. Du bist. Du weißt. Du weißt es noch nicht so. Und hast du deinen Blog gelöst? Haben sie dich gezwungen? Herzlichen Glückwunsch zum Studium. Und Karl war es das? Nein, das ist total toll. Nach dem Abitur, da beginnt die Zukunft. So ist das. Nee, echt. Ich freue mich total. Ja, herzlichen Glückwunsch. Alles klar. Ach du Scheiße. Liebt ihr euch eigentlich noch? Ja, natürlich. Und habt ihr auch noch Geschlechtsverkehr? Es gibt zwei Zustände im Leben. Bewusstlosigkeit oder Panik. Geiler Blog. Wie lange machst du den Job? Nice. Nice. Richtig. 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 Lomo, bist du da? Ich will, dass er es sofort löscht. Es gibt drei Millionen Blogs in Deutschland. Und wie viele von denen du kennst, benutzen überhaupt Blogs? Es ist mir scheißegal, dass mein Privatleben... Dein Privatleben interessiert aber niemanden. Warum machst du es dir immer so schwer? Zeig du mir doch, wie es leicht geht. Hey, Dings. Du bist bei mir in Deutsch. Findest du, ich rede zu viel? Findest du mich langweilig? Sei vorsichtig. Ich hab gehört, sie legt sich nicht gern auf Zütteln fest. Löscht das sofort. Sie hat ein kleines Kunstwerk gesehen. Ich brauch' Ihnen ja nicht zu sagen, was es für Konsequenzen haben kann. Ich glaube, Karl wollte Doro nicht verletzen. Er war einfach nur verliebt. Das Verunruhigende ist ja, dass wir gar nicht wissen können, wer alles dieses Video gesehen hat. Das Beste, was jetzt passieren kann, ist, dass du so richtig auf die Schnauze fliegst. Was redest du da? Das ist keine Ecke. Sag mal was. Mach mal die Ere, mach mal was. Von euch wäre ich nichts. Was dürfen wir das mal für dich tun? Führt mich. Bin ich nach rechts. Hat er die Augen drin? Unser Sohn hat das Video online gestellt. Das sind die Fakten. Ich scheiße. Auf die Fakten. Raus, raus. Schön, weiter geradeaus. Steine. Stop, stop. Ist doch witzig. Spielt eure gestörten Spiele ohne. Hau ab, oder ich hau dir aufs Maul. Ha! Karl? Lass die Scheiße. Karl, was geht mit dir ab? Checkst du nicht, wo du bist, Mann? Karl, ich darf wohl. Ja. Jetzt wirst du nie mehr rein. Jetzt wirst du nie mehr rein.